Hallo, hallo, hallo. In Physik, Verstehen und Üben, E-Lehre ist 1.3.1.3, geht es um die Zerstörung von Magnetismus. Wir haben im vorhergehenden Video kennengelernt, wie du aus einem nichtmagnetischen Stab beispielsweise einen Dauermagneten erstellen kannst. Und jetzt geht es darum, wie kannst du dann auch wiederum aus dessen Dauermagneten wieder einen nichtmagnetischen Stab herstellen. Um einen Magneten zu zerstören, muss man nur die geordneten Elementarmagnete wieder in Unordnung bringen. Dazu bieten sich zwei naheliegende Möglichkeiten an. Erstens, man kann den Magneten stark erhitzen, das erhöht die Teilchenenergie in den Magneten. Durch Stöße, man sagt in der Physik auch Wechselwirkungen, mit den Elementarmagneten geraten diese in Unordnung. Zweite Möglichkeit wäre, man schlägt das Öftere mit einem Hammer auf den Magneten, auch das bringt Elementarmagnete in Unordnung. Hier mal ein Beispiel für die Zerstörung eines Magneten durch Erhitzen. Das heißt, ich habe hier jetzt einen Permanentmagneten und sieht auch, die Elementarmagnete sind perfekt ausgerichtet. Und ich habe hier den magnetischen Nordpol und hier den magnetischen Südpol. Und durch Erhitzen des Magneten wird die Bewegung der Elementarmagnete immer heftiger. Dadurch geraten diese in Unordnung und der Magnet wird zerstört. Das wird einfach hier mal hier simuliert, aus dem Kerzenflamm- oder Bunsenbrenner könnte ich jetzt noch Magneten erhitzen auf einige hundert Grad. Und jetzt geraten dann diese Elementarmagnete dadurch wieder in Unordnung. Und wenn ich jetzt einfach mal auf Stopp klicke, das heißt, wenn ich jetzt die Kerze wegnehmen würde, dann habe ich jetzt wieder durch die Unordnung einen unmagnetisierten Start. Wenn du im Internet beispielsweise dir so Magnete kaufst, dann ist es auch schon mal so, dass so Hersteller dann auch Temperaturangaben machen. Hier steht zum Beispiel für so einen Neodymagneten, den wir im letzten Video auch schon kennengelernt haben, so was wie maximale Einsatztemperatur ungefähr 80 Grad Celsius. Das ist nämlich auch der Hintergrund, dass man, wenn die Temperatur zu hoch wird, kann der Neodymagnet dadurch geschädigt werden. Das wird jetzt auch noch mal ein paar Versuche dazu zeigen. Ja, ich habe jetzt hier beispielsweise einen Schraubenzieher, einen Phasenprüfer, und der ist nicht magnetisch. Das heißt, wenn ich hier eine Eisenstange dran halte, die wird jetzt nicht angezogen. Aber manchmal kann das ja auch ganz praktisch sein, einen magnetischen Schraubenzieher zu haben, dass die Schrauben nicht sofort immer runter purzen. Das heißt, ich kann den Schraubenzieher jetzt dadurch magnetisieren, indem ich zum Beispiel mit einem Neodymagneten mal drangehe und lang streichel, wie wir es im vorhergehenden Video gesehen haben. In dieser Weise kann ich jetzt erreichen, dass der Schraubenzieher magnetisch geworden ist. Die Elementarmagnete haben sich jetzt ausgerichtet. Das kann jetzt ganz praktisch sein, dass jetzt eine Schraube nicht immer sofort runter purzelt, sondern die Schraube, wenn sie auch magnetisch ist, sie auch dann haftet. Aber wenn ich jetzt nicht mal möchte, dass der Schraubenzieher magnetisch ist, jetzt könnte ich den Schraubenzieher so ein bisschen auf den Boden klopfen, oder ich könnte ein Feuerzeug dran halten und erhitzen, oder ich könnte jetzt auch ein veränderliches Magnetfeld verwenden. Das mache ich hier mal, dass ich hier so einen Elektromagneten einfach mit einer Wechselspannung betreibe. und dadurch ändert es sich abwechselnd, habe ich einen magnetischen Nord- und Südpol oben und ich bringe quasi dadurch die Elementarmagnete wieder durcheinander. Und indem ich die Elementarmagnete wieder durcheinander gebracht habe, stelle ich jetzt fest, das Schraubenzieher ist jetzt nicht mehr magnetisch. Das heißt, der Stab wird jetzt nicht mehr angehoben. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr möchte, dass so magnetische Schrauben am Schraubenzieher kleben bleiben, oder haften bleiben, dann kann ich den Schrauben sehr auf diese Weise zum Beispiel wieder entmagnetisieren.